Ich bin kognitiver Neurowissenschaftler und allgemein daran interessiert, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Mich begeistert an der Hirnforschung, dass das Gehirn aus relativ einfachen Bausteinen aufgebaut ist und durch die Vielzahl der Verknüpfungen so komplexe Aufgaben überwältigen kann. Wir untersuchen Gehirnprozesse bei gesunden Probanden. Erst dann können wir sehen, inwieweit diese normalen Prozesse bei Erkrankungen bestört ablaufen. Der Fortschritt in den Neurowissenschaften ist rasant und jeder Tag ist einfach spannend. Das heißt, man geht nicht zur Arbeit, sondern man geht letztendlich zu seinem Hobby.